Das ist Aheli. Aheli ist ein kleiner Hund, also mittlerer Hund, geht bis zum Knie. Man sieht, er hat vor dem Pfleger durchaus Angst. Deswegen haben wir ihn jetzt auch nicht genommen, weil er vor uns auf jeden Fall noch mehr Angst hat, als vor den Pflegern, die er schon ein bisschen kennt. Aheli ist hier viel am Bällen, der ist super, super gestresst und er ist auch schon eine ganze Weile hier. Wir haben ihn jetzt schon jedes Mal, wenn wir hier waren, gesehen. Und Aheli sucht wirklich dringend ein neues Zuhause, ein Zuhause, in dem er Ruhe hat, in dem er ankommen kann, in dem er nicht den ganzen Tag diesen extrem vielen Reizen ausgesetzt ist, die ihm Angst machen. Aheli braucht auf jeden Fall eine Familie, die sich Zeit für ihn nimmt, die sich auf ihn einlässt und die ihm die Zeit gibt, um aus seinem Schneckenhäuschen langsam herauszukommen, um sich an seine Umwelt zu gewöhnen und den mutigen kleinen Kerl aus sich rauszulassen, der jetzt gerade noch tief in ihm versteckt ist. Aheli ist noch ein sehr junger Hund, hat also noch sein ganzes Leben vor sich und wird mit entsprechender Begleitung auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes und abenteuerreiches Leben führen können. Wenn Aheli genau der Hund ist, den du vielleicht gerade suchst, weil du sagst, du bist bereit, diese Aufgabe anzunehmen und du bist bereit, Aheli die Zeit zu geben, die er braucht, dann melde dich von Herzen, um diesem kleinen Schätzchen eine Familie zu bieten und ihm zu zeigen, dass das Leben für ihn auch noch ganz, ganz viel Positives bereithält. Vielen Dank.